Schönen guten Morgen und wie geht's euch? Ich habe gestern einfach ein wenig für mich gamet, ein wenig Basketball, ein wenig auf den Stands mich vorbereitet, das schaue ich auch heute. Folge 9 und 10, nachher geht die grossartige Netflixserie leider zu Ende, aber es ist wirklich episch und ich freue mich auf diese zwei Folgen. Aber zuerst gehe ich jetzt in Physio und dann am Nachmittag habe ich mit dem Satmir abgemacht, bei dem ich etwas trinke, aber noch vor dem Trinken gehe ich zum Hörlidieb, damit ich wieder mal ein wenig menschlich ausgesehen will. Ich habe schon ein bisschen einen Busch auf dem Kopf und wie startet ihr diese Woche? Das nimmt mich natürlich Wunder. Habt ihr Pläne? Sind sie wieder in der Realität oder in der sogenannten Neue Realität? Wie sieht es aus? Das werden wir einmal wirklich ein Anliegen, einmal zu wissen, wie es euch so geht. Mal, liebe Freunde, dann wünsche ich euch einen guten Wochenstart und bleibe gesund, bleibe fresh und bis morgen. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen!